Im Januar trat der Deutsche Bundestag zu einer Gedenkstunde zusammen. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, einer Gedenkstunde für die Opfer des Mordanschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris. In ihrer Rede wandte sich die Bundeskanzlerin Merkel an die islamische Geistlichkeit. Die Frage, warum so viele Mörder sich bei ihren Taten auf den Islam berufen, bedürfe einer Antwort. Die Menschen wollten wissen, woran das liege. Dies seien berechtigte Fragen. Sie, Merkel, halte deren Klärung durch die Geistlichkeit des Islam für wichtig und dringlich. Es liegt uns fern, den Islam oder gar den Islamismus zu verteidigen. Uns irritiert aber die Selbstgerechtigkeit, die in Merkels Pforten zutage tritt. Die Frage, warum so viele Mörder sich bei ihren Taten auf das Christentum berufen, seit nahezu 2000 Jahren, bedarf doch wohl ebenso und nicht weniger dringlich einer Antwort, die wir übrigens in Gänze nicht geben werden können heute. Und damit sind wir bei der Kriminalgeschichte des Christentums. Sind wir bei Karl-Heinz Deschner. Bekanntlich besteht ein schreiender Widerspruch zwischen dem Leben der Christen und ihrer Lehre. Ein Widerspruch, den man seit je durch den ewigen Gegensatz von Ideal und Wirklichkeit zu entschärfen, zu bagatellisieren sucht. Vergeblich. Verdammt doch keiner das Christentum, weil es seine Ideale nicht ganz, nicht halb oder noch weniger realisiert. Aber es fasst, so sagte ich in einer Rede 1969, die mich vor den Richter brachte, den Begriff des Menschlichen und selbst des Allzumenschlichen doch etwas weit. Wenn man von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrtausend zu Jahrtausend genau das Gegenteil realisiert. Kurz, wenn man durch seine ganze Geschichte als Inbegriff und leibhaftige Verkörperung und absoluter Gipfel welthistorischen Verbrechertums ausgewiesen ist. Darum also geht es. Man verfehlt das Ideal nicht nur partiell, nur gradweise. Nein, man schlägt ihm sozusagen ständig ins Gesicht und spielt sich zugleich mit aller Prätention als Verfechter seines Ideals auf. Ja, als erste Moralinstanz der Welt. Der Erkenntnis solcher Heuchelei, Ausdruck nicht menschlicher Schwäche, sondern geistlicher Niedertracht ohnegleichen, entsprang diese Kriminalgeschichte. Gott geht in den Schuhen des Teufels. So schreibt Deschner in der Einleitung seines monumentalen Hauptwerkes zehn Bände mit nahezu 6.000 Seiten von der Antike bis ins 18. Jahrhundert reichend über 100.000 Quellenbelege, ein Projekt, dem er einen Großteil seines Lebens gewidmet hat. Mancher wird fragen, ist das nicht ein sehr einseitiges Unternehmen? Und Deschner antwortet, klar ist es einseitig. Genau das ist Sinn der Sache. Wie in allen meinen Kritiken des Christentums fehlt hier vieles, was zwar auch zu dessen Geschichte gehört, aber nicht zur Verbrechensgeschichte des Christentums, die der Titel verspricht. Was auch dazu gehört, füllt Millionen Schriften in Bibliotheken, Archiven, Buchhandlungen, Akademien, auf den Dachböden der Pfarrhäuser und jeder kann da lesen, solange sein Leben ausreicht, seine Geduld und sein Glaube. Es gibt Tausende, Hunderttausende, die diese Religion verteidigen, bejubeln. Bücher, in denen man mit der bei allen Flecken, Fehlern, Schwächen, mit aller menschlichen Unzulänglichkeit, ach so ehrwürdigen, ruhmreichen Vergangenheit, dem so lichtvollen Gang der Kirche durch die Zeiten protzt. Mit der Kirche ist sie doch eine, der fortlebende Jesus und heilig, denn ihr Wesen ist Heiligkeit, ihr Zweck ist die Heiligung. Während die anderen, voran die Ketzer, immer im Unrecht stecken, unsittlich, verbrecherisch, total korrupt sind, zugrunde gehen, bereits gegangen sind oder die, so erkennen ihnen Fortgeschrittene, durch Licht und Schatten noch immer vorteilhaft verteilende Kirchenhistoriker, eine gewisse Verdienstlichkeit oder die eben auch den ewigen Heilsprozess und Progress mitbefördert haben. Ist es bei dem gigantischen Übergewicht all der verdummenden, täuschenden, lügenden Glorifikationen nicht notwendig, auch das Gegenteil zu zeigen, zu lesen? Zumal dafür so viel mehr spricht, ist eine negative Christentumsgeschichte nicht geradezu das Desiderat, nach dem alle Lobhudeleien schreien oder doch schreien machen sollten? Zumindest jeden, der auch die schlimme Seite sehen will, die eigentliche Seite der Sache. Wer andere Seiten sehen will, lese andere Bücher. Froher Glaube etwa. Das Evangelium als Inspiration. Ist es wahr, dass die Katholiken nicht besser sind als die anderen? Warum liebe ich meine Kirche? Der mystische Leib Christi. Die Schönheit der katholischen Kirche. Geborgenheit in der katholischen Kirche. Die Fröhlichkeit in der katholischen Kirche. Gott existiert. Ich bin ihm begegnet. Frohes Gehen zu Gott. Katholisch ist gut sterben. Mit dem Rosenkranz in den Himmel. SOS aus dem Fegefeuer. Heldentum in der christlichen Ehe. Natürlich und so weiter und so fort. Ein paar Stichworte zu Deschners Biografie. Geboren 1924 in Bamberg. Vater Förster und Fischzüchter. Katholisch. Mutter protestantisch. Später konvertiert. Nach der Volksschule kommt Deschner als 10-Jähriger zum Franziskaner-Seminar in Dettelbach am Main. Anfangs wohnt er bei seinem Tauf- und Firmenpaten einem geistlichen Rat. Ironischerweise im Haus mit dem Pranger, der noch draußen an der Mauer zu sehen ist und die Ingen-Schrift trägt. Anno 1674 zu Detilabach hat Hohe Rat, alle hi, den Pranger, lass mach, für bösleut. Deschner besucht dann das Bamberger Gymnasium, wird Internatsschüler bei Karmelitern und englischen Fräulein. An christlicher Fürsorge hat es also bei Gott nicht gefehlt. 1942 legt er die Reifeprüfung ab, meldet sich, wie die ganze Klasse, als Kriegsfreiwilliger wird Soldat und mehrmals verwundet. Die Flagg schoss nur fünf Minuten. Dann schrie einer Auf, auf, Marsch, Marsch! Und wir standen auf. Langsam standen wir auf. Wir sahen uns um und ich hörte eine Schimmel streien. Ihr feigen Muttersöhnchen, ihr feigen Schweine, wollt ihr vielleicht aufgehen? Wollt ihr in den Graben gehen? Die sind ja schon davongelaufen. Ihr braucht euch bloß reinzusetzen. Und wenn ihr euch nicht reinsetzt, knallen sie euch da unten ab. Oh, ihr gottverfluchten Muttersöhnchen, ihr feigen Säue! Und dann liefen wir. Und dann wurde es schwarz vor meinen Augen. Doch es kann nicht lange gewesen sein. Als ich wieder aufwachte, liefen viele Stiefel über mich und ich stand auf, lief den Bahndamm hinauf, warf mich in ein Loch, fühlte den Sand, dachte, Sand! Oh, Sand! Und dann hörte ich fremde Stimmen, fremde Sprache, heiseres, leises, gehetzte Gurgel der Russen hinter dem Damm. Und dann stemmt der eine, irgendeiner, dessen Namen ich vergessen habe. Aber ich weiß noch, dass er blond, sehr jung und Offiziersanwärter war. Das Maschinengewehr sich an den Leib und schoss und schoss und schoss. Er schoss wie ein Irrsinniger und ich fluchte und schrie, hör auf, du Narr, schrie ich und wollte ihm gerade das MG wegreißen. Da ging alles drunter und drüber. Irgendeiner von den Russen musste eine Handgranate in unser Loch geworfen haben oder auf den Lochrand. Jedenfalls war der MG-Schütze tot. Und dem braven Schorsch-Motschenbacher, einem Nürnberger, einem halben Landsmann von mir, wurden später im Lazarett beide Beine amputiert und er starb auch. Und ich spürte gar nichts. Ich hatte ein paar kleine Splitter abgekriegt. die ich nicht spürte, die mir aber das Leben retteten. Denn ich kam heim, ich wurde ins Lazarett gebracht, ins Festungslazarett, obwohl ich nicht wollte. Gott, wie dumm man nach drei Jahren Krieg noch war. Dies war eine Passage aus Karl-Heinz Deschners erstem Roman »Die Nacht steht um mein Haus« von 1956, niedergeschrieben in nur einer Woche, stark autobiografisch geprägt, ein damals vielbeachtetes literarisches Debüt. Deschner hatte nach dem Krieg in Würzburg Literaturwissenschaft studiert und mit einer Arbeit über Lenaus' Lyrik promoviert. Im selben Jahr, 1951, heiratete er Elfi Tuch, eine Ehe, die nach Auffassung der heiligen katholischen Kirche nicht sein durfte. Der Bischof von Würzburg Oberhirtliche Strafsentenz Zu unserem großen Schmerz haben wir erfahren, dass Frau Elfi Schreiter-Trossenfurt nach bürgerlicher Scheidung ihrer Ehe eine bürgerliche Ehe mit Herrn Dr. Phil Karl Deschner geschlossen hat und diese vor Gott und dem Gewissen ungültige Verbindung zum öffentlichen Ärgernis der Gläubigen fortsetzt. Entsprechend der kirchlichen Vorschrift haben wir, wir natürlich groß geschrieben, die Genannten durch ein eigenes oberhirtliches Mahnwort aufgefordert, die sündhafte Verbindung aufzugeben, haben ihnen auch kirchliche Strafen angedroht, sofern sie im Ungehorsam gegen das göttliche Gesetz verharren. Diese Mahnungen und Strafandrohungen blieben zu unserem größten Schmerz seitens der Schuldigen fruchtlos und unbeachtet, sodass wir uns genötigt sehen, zur Sühne für das gegebenen Ärgernis und zur Rettung ihrer Seelen die angedrohten kirchlichen Strafen über sie zu verhängen. In Kraft unserer oberhirtlichen Vollmacht und Gewalt erklären wir hiermit die genannten Frau Elphi Schreiter, Herr Dr. Karl Deschner, der kirchlichen Strafe nach Kanon 2356 des kirchlichen Gesetzbuches verfallen. Sie sollen von heute an ausgeschlossen sein vom Empfang der Heiligen Sakramente der Kirche und überdies des kirchlichen Begräbnisses verlustig gehen, sofern sie in ihrer unbußfertigen Gesinnung bis zum Tode verharren. Wir hoffen aber, dass die Fehlenden durch die nach den Gesetzen der Heiligen Kirche verhängten Strafe zur Einsicht kommen und beten zu Gott, dass er ihnen bald wieder die Gnade der Rückkehr zum Gehorsam gegen die Heilige Kirche gewähre. Würzburg, den 11. Januar 1952, Julius Bischof von Würzburg. Eine Rückkehr zum Gehorsam gegen die Kirche fand nicht statt. Es war ohnehin zu spät dafür. Deschner hatte schon zu viel Kant, Schopenhauer, Nietzsche gelesen. Sein nächstes Buch, er fungierte dabei als Herausgeber, trug den Titel »Was halten Sie vom Christentum?« Dazu äußerten sich unter anderem Max Broth, Heinrich Böll, Robert Neumann, Arno Schmidt und Arnold Zweig. Noch mehr Furore aber machte Deschner ebenfalls noch 1957 mit seiner literaturkritischen Streitschrift »Kitsch, Konvention und Kunst«, in der er eine Lanze brach für modern schreibende Autoren wie Robert Musil, Hermann Broch und Hans-Henny Jan und gegen konventionelle in ihren literarischen Mitteln antiquierte Vertreter wie Karossa, Wichert und Bergengrün. Deschner stellt jeweils Textproben gegenüber und nimmt sie analytisch auseinander, analytisch sehr akribisch. Da bleibt dann auch vom berühmten Hermann Hesse nicht viel übrig, jedenfalls von dessen Lyrik. Um sich und seine Familie über Wasser zu halten, geht Deschner mit seinen Büchern und es folgen rasch weitere Bücher auf ausgedehnte Vortragsreisen. Ein mühsames Geschäft, weit über 2000 Vorträge und Lesungen sollten es im Laufe der Jahre werden. Ich bin Reisender in Vorträgen. Es ist komisch, womit manche Menschen sich ihr Brot verdienen. Ich reise und spreche und am nächsten Tag reise ich und spreche und am dritten Tag reise ich und spreche. Fünf Tage in der Woche reise ich von Ort zu Ort und an fünf Abenden spreche ich. Manche Vorträge habe ich schon oft gehalten, so oft, furchtbar oft gehalten und ich spreche sie wie eine Maschine. Ich denke über die Leute dabei nach. Ich mache mir meine Gedanken über die Leute und spreche meine Vorträge wie ein Automat und am Schluss grapse ich schnell das Manuskript zusammen und gehe hinaus. Ich bin froh, wenn ich draußen bin, wenn ich niemanden mehr zu sehen brauche. Mir hängt das schon zum Hals heraus. Ich habe ein paar hundert Vorträge gehalten und es hängt mir zum Hals heraus. Im Anfang habe ich wenig Honorar bekommen, lächerlich wenig und ich habe nicht richtig gegessen, ich habe oft nicht richtig geschlafen. Ich habe in unbeschreiblichen Zimmern gehaust. Und heute, wo ich etwas mehr Honorar bekomme und in besseren Zimmern schlafen kann, hängen mir auch die besseren Zimmer zum Hals heraus. Sie hängen mir unbeschreiblich zum Hals heraus. Und wenn ich irgendwo ankomme, ziehe ich gleich das Kursbuch heraus und schaue, wann ich am nächsten Tag weiterfahren kann. Ja, ich mache so meine Erfahrungen unterwegs. Und am meisten bedient bin ich, wenn man mich vorher fragt, wenn mich ein Veranstalter vor dem Vortrag fragt, was kann ich über sie sagen. Es ist bei uns eine kleine Einführung üblich. Wo sind sie tätig? Kommen sie vom Funk oder von einer Universität? Und dabei merke ich doch meistens gleich, dass man schon ganz genau weiß, dass ich nirgends tätig bin, dass ich mir auf diese elende Art mein Brot verdiene und dass sie mich dann noch so blöd anpflaumen lassen muss. Und ich sage dann lächelnd, es gibt nichts über mich zu sagen, ich bin noch ein unbeschriebenes Blatt. Ich bin alt, ich bin frühzeitig verbraucht, ich bin fertig, ich bin 31 Jahre alt und sehe aus wie ein junger Greis. Trotz der widrigen Umstände schafft es Deschner 1962 mit einem aufsehenerregenden kirchenkritischen Grundlagenwerk an die Öffentlichkeit zu treten. Es heißt Abermals Kräte der Hahn, eine ungemein kenntnisreiche Studie zur Herausbildung des Christentums, seiner systematischen Einverleibung alter heidnischer Glaubensvorstellungen, seinem Verrat an den Lehren Jesu, etwa seines Pazifismus und zur Entstehung der herrschaftsorientierten kriegerischen Kirche. Es war seine Antwort auf die fünf Jahre zuvor aufgeworfene Frage, was halten Sie vom Christentum, die er damals als Herausgeber schuldig geblieben war. Abermals Kräte der Hahn sollte eigentlich bei List in München erscheinen, Deschners bisherigen Verlag. Doch der bekam kalte Füße, er bankte um den Absatz seiner Schulbücher in Bayern. Und so wechselte Deschner notgedrungen zu einem anderen relativ unbekannten Verlag in Stuttgart. Und hier wenigstens ein paar Kapitel und Zwischenüberschriften, um mal einen Eindruck zu vermitteln. Die Vergottung Jesu oder wie verbesserten Matthäus und Lukas den älteren Markus-Text? Jesus ist bei Markus weder allmächtig noch allwissend noch absolut gut. Das Johannes-Evangelium wurde nicht von dem Apostel Johannes verfasst. Alle Jesus zugeschriebenen Wunder wurden schon in vorchristlicher Zeit vollbracht. Asclepius, Herakles, Dionysos, die heidnischen Vorbilder für den christlichen Gottessohn. Der Herrscherkult und sein Einfluss auf das Neue Testament. Die Begriffe Evangelium, Heiland und Herr, Kyrios, entstammen heidnischer Religiosität. Sterbende und nach drei Tagen auferstehende Götter. Die Passion des biblischen Jesus wurde aus dem Alten Testament zusammenfabuliert. Der historische Jesus hielt sich nicht für Gott. Das apostolische Glaubensbekenntnis stammt nicht von den Aposteln. Die christliche Erlösungslehre stammt nicht von Jesus. Der Einbruch der Askese. Die beginnende Verachtung der Frau. Die Diffamierung der Ehe. Der Zölibat. Und so weiter und so fort. Das waren jetzt nur ein paar Zwischen Überschriften aus dem Buch. Wir sind erst auf Seite 198 von insgesamt 600. Die 100-Seiten Quellenangaben noch nicht mitgezählt. Wie war nun das Echo auf dieses Buch? Dazu schreibt Deschner in seinem Vorwort zur zweiten und dritten Auflage. Aber mals Kräte der Hahn wurde totgeschwiegen und diffamiert und trotzdem in kurzer Zeit in höherer Auflage verbreitet. Besonders größere Blätter wie Süddeutsche Zeitung, die Zeit, die Stuttgarter Zeitung haben das Buch persistent ignoriert, Rezensionsaufträge rückgängig gemacht oder schon vorliegende Kritiken unterdrückt. Eine Unterart des Totschweigens, das Abtun en Bagatell bevorzugten unter anderem die Welt, Basler Nachrichten, Christ und Welt, der Spiegel. Oder man referierte ausführlich, verharmloste jedoch nicht nur, sondern es kamortierte gerade die anrückigste, unbekannteste und deshalb für das Gros der Leser sensationellste Thematik, die enge Kooperation der letzten Pius-Päpste mit Franco, Mussolini und Hitler. So prozedierte beispielsweise die Frankfurter Allgemeine. Die Diffamierung des Buches durch protestantische und durch seine sämtlichen katholischen Kritiker, mit Ausnahme von Friedrich Heer, der es im Süddeutschen Rundfunk fair gewürdigt hat, entsprach meinen Erwartungen. Die mit allen nur denkbaren Schattierungen versehen, oft schon formal niveaulosen Apologien, reichen vom scheinheiligen Mitleid über borniertes Lamentieren, geheuchelten Horror, heilige Entrüstung bis zu all jenen frustratorischen Unterstellungen, Auslassungen, Anschwärzungen, Verdrehungen und nackten Lügen, wie sie Antiquismoribus mit vielen anderen, besonders der protestantische Pfarrer Wolfgang Hammer und der katholische und der katholische Pater Professor Anselm Herz promulgierten, das heißt veröffentlichten. Kein katholisches Blatt hat mir eine Antikritik oder auch nur eine Berichtigung gestattet. Die kölnische Rundschau, die mich in zwei vielspaltigen Artikeln nach allen Regeln des Katholizismus diskreditierte, verweigerte trotz zweimaliger Zusage die Veröffentlichung meiner Replik. Dafür höhnte sie in neuer Schlagzeile doch krähen der Hahn ist jetzt heiser. Deschner wurde keineswegs heiser. Er schreibt in den 60er Jahren ein Buch nach dem anderen, wiederum meist zu kirchenkritischen Themen. Mit Gott und den Faschisten, der Vatikan im Bunde mit Mussolini, Franco, Hitler und Pavelic. Vielleicht zur Erklärung Ante Pavelic war der Führer der kroatischen stramm katholischen Ustascha Bewegung, die in den 40er Jahren unfassbare Gräueltaten an der serbischen Bevölkerung begangen hat. Wir lassen heute das Kapitel raus. Es war unerträglich. Jesus Bilder in theologischer Sicht. Wer lehrt an deutschen Universitäten? Das Christentum im Urteil seiner Gegner Band 1. Deschner bekam dann auch das schon erwähnte Gerichtsverfahren wegen Kirchenbeschimpfung, gegen das er sich souverän behaupten konnte. Es bestärkte ihn darin, sein altes großes Vorhaben wieder in Angriff zu nehmen. Eine umfassende weltliche Kirchengeschichte, eine historische Gesamtabrechnung, Arbeitstitel Gott geht in den Schuhen des Teufels. Und dabei half ein günstiger Umstand, vielleicht ja von Gott beziehungsweise dem Teufel persönlich eingefädelt. Deschner bekam nämlich endlich einen guten Kontakt zum Rowold Verlag. Und zwar in Gestalt des jungen Lektors Hermann Gieselbusch, der das Projekt später durch dick und dünn begleiten sollte. Gieselbusch erinnert sich an die Anfänge der Zusammenarbeit. Sofort interessiert schrieb ich dem Autor nach Hassfurt, ob ich ihn besuchen dürfe. Am 18. April 1970 machte ich mich auf die Reise. Deschner erwies sich als ein liebenswürdiger Gastgeber, als interessanter Gesprächspartner, aufmerksamer Zuhörer und ebenso kluger wie warmherziger Melancholiker. Eine unwiderstehliche Mischung, auch für mich. Jedenfalls waren es wunderschöne Stunden, damals an jenem April Samstag im bescheidenen Hassfutter Häuschen der Familie Deschner mit drei Kindern, einem Hund, einer Katze, mehreren Kaninchen und mehr Schweinchen. In der kargen Dachkammer, wo Deschner jeden Tag des Jahres von morgens fünf bis elf Uhr nachts seine literarische Schwerarbeit leistete, schaute ich mir seine Materialsammlung an, Stapel, Berge von Papierblättern mit Exzerpen, Notizen, Entwürfen. Ich war Feuer und Flamme für das Projekt. Um aber auch den Verleger in Rheinberg überzeugen, wenn womöglich begeistern zu können, brauchte ich von Deschner eine Beschreibung seines Vorhabens. Ungern erklärte er sich dazu bereit, als wir uns am Gartenpferdchen des Hauses verabschiedeten. Wochen später schickte Deschner, der die Anfertigung von Exposés hasste und für Zeitverschwendung hielt, ein solches reichlich ungegliedert und bruchstückhaft nach Rheinbeck bei Hamburg zu Rowold. Man einigte sich schließlich auf ein Buch von 320 bis 350 Druckseiten Umfang. Erscheinen sollte es im Frühjahr 1973. Deschner war allerdings unzufrieden mit dem gebotenen Vorschuss und teilte mit Eine einzige Änderung erbitte ich. Da ich von der Hand in den Mund lebe, reicht der Vorschuss nicht für eine minimale Existenz meiner Familie während der Niederschrift. Ich muss also die eine oder andere kleine Nebenarbeit dazu machen und werde folglich etwas länger für die Kriminalgeschichte brauchen, als ich es Ihnen zusagen konnte. Die Liste der kleinen Nebenarbeiten für andere Verlage übrigens ausschließlich westdeutsche Verlage im atheistischen Arbeiter- und Bauernstaat DDR ist nicht ein Buch von Deschner erschienen. Die Liste also der Nebenarbeiten sah am Ende folgendermaßen aus. Warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Kirche und Krieg der kirchliche Weg zum ewigen Leben. Der manipulierte Glaube eine Kritik der christlichen Dogmen. Das Christentum im Urteil seiner Gegner Band 2. Das Kreuz mit der Kirche eine Sexualgeschichte des Christentums. Ein Jahrhundert Heilsgeschichte die Politik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege zwei dicke Bände. Nur Lebendiges schwimmt gegen den Strom. Aphorismen. Die beleidigte Kirche oder wer stört den öffentlichen Frieden. Inzwischen schrieb man das Jahr 1986. Seit dem Rohwald-Vertragsabschluss waren 16 Jahre vergangen. Im Verlag glaubte vielleicht außer Hermann Gieselbusch kein Mensch mehr an Karl-Heinz Deschners Kriminalgeschichte des Christentums. Und doch, oh Wunder, könnte man passenderweise sagen, begann sie jetzt zu erscheinen. Deschner war mittlerweile 62 Jahre alt. Er hatte einen Herzinfarkt hinter sich. Um eine Professorenstelle hatte er sich vergeblich beworben. Und das zu einer Zeit, da es zum Beispiel in Bamberg für 30 Theologiestudenten elf Professuren gab. Und auch die deutsche Forschungsgemeinschaft hatte seinen von zwei Experten unterstützten Antrag auf Gewährung eines Forschungsstipendiums abgelehnt. Natürlich ging es längst nicht mehr um bescheidene 300 oder 350 Seiten. Das Konzept war im Lauf der Jahre immer weiter angewachsen. Alle zwei, manchmal auch drei bis vier Jahre, schaffte es Deschner einen weiteren Band fertigzustellen. Als Band 8 erschien, 15. und 16. Jahrhundert, vom Exil der Päpste in Avignon bis zum Augsburger Religionsfrieden, war Deschner 80 Jahre alt. Und als 2013 der zehnte und letzte Band erschien, blieb ihm nur noch ein knappes Lebensjahr. Große Bücher sind auch Verlustanzeigen, lautet ein Aphorismus von ihm. Sie enthalten das Leben ihres Autors. Deschner hätte sein Riesenprojekt nicht durchstehen können, ohne die großzügige Unterstützung zweier wahrer Mäzenaten, das wurde zum Anfang schon kurz erwähnt, des Schweizers Alfred Schwarz, später dann des deutschen Unternehmers Herbert Steffen. Aber kommen wir jetzt endlich zur Sache, exemplarisch und mit viel Mut zur Lücke. Noch heute gilt das Christentum wunderbarerweise als ein Verein des Friedens, der Nächstenliebe, Feindesliebe, frohen Botschaft. Noch heute ahnt die Mehrzahl der Menschen und zumal der Christgläubigen nicht das ungeheure Ausmaß der Verstrickung schon der Spätantiken, vor allem aber der frühmittelalterlichen Kirche in Fäden und Kriege. Denn mehr als jede andere Religion, selbst mehr als der Islam, ist das Christentum die Religion des Krieges gewesen und geblieben. Bereits im frühen vierten Jahrhundert erfolgt dieser Verrat, die jäh Metamorphose der Kirche der Pazifisten in die der Feld pfaffen. Ihr schlimmster Fall und sozusagen einer über Nacht. Werfen wir in diesem Zusammenhang einen Blick auf Leben auf Leben und Taten des heiligen Konstantin, des ersten christlichen Kaisers, dieses wie führende Kirchenhistoriker rühmen leuchtenden Vorbilds wirklichen Gläubigen, dieses Christen dem Herzen nicht nur der äußeren Handlung nach. Herr, nun über Britannien und Gallien raubte er 310 Spanien, nicht zuletzt wohl um Rom von der spanischen Getreidezufuhr abzuschneiden. Vor allem aber führte Konstantin zahlreiche Grenzkriege, die ihn zum Schrecken am ganzen Rhein werden ließen. 306 und 310 dezimierte er die Brucktarer, raubte ihr Vieh, verbrannte ihre Dörfer und warf die Gefangenen massenweise in der Arena den Bestien vor. Auch die Brucktarer hast du unverhofft angegriffen, unzählige wurden getötet, jauchzt ein Festredner in Trier, seit 293 offiziell Kaiserresidenz. Wer von den gefangenen Männern sich wegen seiner Unzuverlässigkeit nicht zum Soldaten und wegen der Wildheit nicht zum Sklaven eignete, kam zur Strafe in den Zirkus. Durch ihre Menge haben sie selbst die wilden Tiere ermüdet. Sogar für damalige Zeit war dies ungewohnt und furchtbar. Der junge Kaiser erstickte Aufstände im Blut, schlug 311 und 313 die schon von seinem Vater schwer getroffenen Alemannen, die Franken und ließ deren Könige Ascarius und Merugaisus zur allgemeinen Augenweide von hungrigen Bären zerfleischen. Während der junge Regent mit solchen Genüssen Trier verwöhnte, hatte er noch drei Mitkaiser im Römischen Reich. Im Westen Maxentius, der von Rom aus über Italien und Afrika gebot, im Osten Maximinus Daya, der den nicht europäischen Teil des Imperiums, alle Provinzen südlich des Taurus, nebst Ägypten, sowie Licinius, der die Donaugebiete beherrschte. Drei weitere Kaiser aber empfand Konstantin als unerträglich und schickte sich an, Diokletians System der Tetrarchie, geschaffen zur Festigung des riesigen Reiches, zu zerschlagen. Er begann, die bestehende Ordnung durch einen Krieg nach dem anderen und die Beseitigung eines Mitregenten nach dem anderen zu zerstören und dabei das Reich mit der christlichen Kirche zu verbinden. Im Frühjahr 312 überschritt er in Eilmärschen die Westalpen, kassierte in einer seiner beliebten Blitzoffensiven die grenzfeste Segusio Susa, gewann eine offene Feldschlacht bei Turin und eine weitere besonders blutige vor Verona, wo man bis tief in die Nacht einander abstach und Maxentius seinen besten Feldherrn verlor. Konstantin legte die Besatzung in Ketten, nahm noch das wichtige Grenzkastell Aquilea und stürmte gegen Rom. Am 28. Oktober stand er am Pons Milvius, dem heutigen Ponte Molle. Maxentius hatte die Mauern verlassen und in offener Feldschlacht mit dem Tiber im Rücken gekämpft, wobei die Hauptmasse seines Heeres freilich nicht ernstlich foch, die Praetarianer jedoch, ohne zu weichen, bis auf den letzten Mann fielen. Samt einer Menge seiner Soldaten ertrank er im Fluss, entsprechend der göttlichen Prophezeiung, sie gingen im tiefen Wasser unter wie Blei, Euseb. Oder wie Laktanz weiß, die Hand Gottes waldete über dem Schlachtfeld. In Rom wird Maxentius aus dem Schlamm gefischt, der abgeschlagene Kopf beim Triumphmarsch mit Steinen beworfen, mit Kot, dann bis Afrika getragen, schließlich auch der Sohn des Besiegten sammen seinen politischen Anhängern über die Klinge gejagt, das ganze Haus des Maxentius ausgerottet. Entsprechend ließe sich lange berichten über die Romestaten des heiligen Konstantin bei der Ausschaltung der verbleibenden Mitherrscher im Römischen Reich, Maximinius Daya und Licinius. Belassen wir es bei einem Blick auf sein christliches Familienleben. Dieser Heilige ließ seinen Schwiegervater Kaiser Maximian in Massilia Marseille erhängen und danach alle Statuen und Bilder, die ihn darstellten, vernichten. Er ließ seine Schwäger Licinius und Bersianus erwürgen, den Prinzen Licianus zum Sklaven degradieren, auspeitschen und in Carthago totschlagen. Seinen eigenen mit Konkubin Minervina kurz vor seiner Hochzeit mit Fausta gezeugten Sohn Crispus umbringen, wohl vergiften, dazu zahlreiche Freunde. Wenige Monate nebenbei nach dem Konzil von Nicer, auf dem er der Christenheit das nicänische Glaubensbekenntnis vermittelt hatte. Und schließlich ließ das nur selten erreichte Vorbild auch an menschlicher Größe seine Gattin Fausta, Mutter von drei Söhnen und zwei Töchtern, gerade noch auf Münzen als Spes Repubblica, Hoffnung des Staates gefeiert, nun des Ehebos mit Crispus verdächtigt, doch kaum überführt. Konstantins eigene Seitensprünge waren notorisch, im Bad ersticken, wonach ihren ganzen Besitz auf dem einzigen Gebiet der Laterani endgültig der Papst bekam. Und was sagt der Kirchenlehrer Augustinus 354 bis 430 dazu, dieser nach maßgeblicher Meinung größte Philosoph der Väterzeit und genialste einflussreichste Theologe der Kirche. Er sagt mit dem Alten Testament, der Gerechte wird sich freuen, dass er Rache schaut, er wird seine Füße baden im Blute des Gottlosen. Er sagt auch, was hat man denn gegen den Krieg, etwa, dass Menschen, die doch einmal sterben müssen, dabei umkommen. Er sagt, es ist ja, das weiß ich, noch niemand gestorben, der nicht irgendwann einmal hätte sterben müssen. Ein schönes Motto, um uns einem weiteren Säulenheiligen des christlichen Abendlandes zuzuwenden, Karl dem Großen. Die christliche Metzelei, auch Schwertmission genannt, womit Karl die Sachsenkriege seines Vaters fortsetzte, begann 772. Der milde König, wie ihn gerade seinerzeit wiederholt die Reichsanalen nennen, eroberte damals die sächsische Grenzfeste Eresburg in der ersten Hälfte der Sachsenkriege ein wichtiger Ausgangspunkt seiner Militäroperationen. Und er zerstörte die Irminsul, das sächsische Nationalheiligtum, ein ungewöhnlich großer Baumstamm, den die Sachsen als die das alltragende Säule in einem heiligen Hain unter freiem Himmel verehrten. Nachdem die Christen drei Tage lang die Kultstelle gänzlich verheert, den heiligen Hain verbrannt, die Säule vernichtet hatten, zogen sie mit den dort aufgestapelten Weihgeschenken, reichen Gold- und Silberschätzen davon. Der milde König Karl meldeten die Reichsanalen schlicht brachte das Gold- und Silber, das er dort fand, mit. Und schon bald erhob sich über dem geplünderten und ruinierten heidnischen Heiligtum eine Kirche mit Peters Patrozinium, der Torwart des Himmels anstelle des sächsischen Gottes Irmin. Welch ein Fortschritt! Im Jahr 782 kommt es zu einem Aufstand der Sachsen. Noch ehe Karl aber selbst zur Stelle ist, werfen sächsische Adel und fränkische Truppen gemeinsam den Aufstand nieder. Die sächsischen Edlen liefern die Empörer aus. Und nun steigert Karl den Expansions- und Missionskrieg bis zu der bekannten Abschlachtung in Werden an der Aller und feierte dann, wie üblich, Weihnachten und Ostern, Geburt und Auferstehung des Herrn. Tatsächlich standen da 782 an einem Spätherbsttag 4500 Sachsen eng zusammengedrängt wie Tiere im Schlafthaus und umgeben von ihrem eigenen Adel, der sie ausgeliefert, sowie von den Helden des großen Karl des Leuchtturms Europas, wie ihn eine St. Galler Handschrift aus dem 9. Jahrhundert nennt und auf sein Urteil wurden sie niedergehauen, in die Aller geworfen, mit der sie in die Weser trieben und dann ins Meer. 4500 und dies ist auch so geschehen, wie lakonisch der Reichsanalyst festhält, dann fast noch im selben Atemzug und er feierte Weihnachten. Geschehen just dort, wo der künftige Heilige bald eine Kirche aufsteigen lässt, keine Sühne, eher eine Siegeskapelle und sich heute der Dom von Werden erhebt, buchstäblich auf Strömen von Blut, wie im übertragenen Sinne längst alle Christentempel. Carolus Serenissimus Augustus A. Deo Coronatus Magnus Pacificus, Karl der durchleuchtigste, von Gott gekrönte, große und friedebringende Kaiser, wie der Beginn seines umständlichen Titels seit 801 lautete, hatte ein Gemetzel nach dem anderen veranstaltet, in seiner 46-jährigen Regierung, nahezu fortgesetzt Krieg geführt, fast 50 Feldzüge, nur in zwei Jahren, 790 und 807, schlachtete er nicht. Er hat die Langobarden, Sachsen, Friesen, die Bayern, Avaren, Slaven, die Basken, die Araber in Spanien, die Byzantiner in Südistalien bekriegt, in fast lauter kaltberechneten Angriffskriegen und er hat dabei ungezählte Menschen in den Tod getrieben, einen oft grauenhaften, qualvollen Tod. Doch hat er nicht nur in Kriegen gemordet, sondern auch 4500 Gefangene töten und tausende Familien vertreiben lassen. oder wie es in einer der frühesten liturgischen Karlsdichtungen heißt, tausende niedergeworfen, die Erde vom heimtischen Unkraut gesäubert, die Ungläubigen bekehrt, die Götzenbilder zertrümmert, die fremden Götter vertrieben. Nicht nur darum, ob schon schlimm genug, geht es, dass Karre der Große so gut wie pausenlos die Winter meistens ausgenommen, geschlachtet, unterjocht, versklavt hat. Dass er nicht so sehr war wie Krieger, Eroberer, Mörder und Räuber im größten Ausmaß. Das belehren uns seit Längerem die Gelehrtesten der Gelehrten, sei damals ebenso üblich, sei sozusagen der Stil der Zeit gewesen, es zu tadeln, ein grässlicher Anachronismus von unserer aufgeklärten, in Wirklichkeit doch noch ganz genauso erobernden, mordenden und raubenden Zeit her geurteilt. Sei überdies unangemessen richterlich, rigoristisch, moralisch, backmesserisch, kleinkarrierisch, Nein, es geht auch darum, dass Karl der Große diesen ganzen ungeheuren Blutsumpf mit intensivster Beteiligung des Christentums und der Kirche seiner Zeit, die natürlich auch zeitgebunden waren, angerührt, dass diese Kirche nie dagegen protestiert, vielmehr gewaltig davon profitiert hat. Es geht darum, dass christlicher Feudalstadt und christliche Feudalkirche Kirche so gut wie eins waren. Eins gerade im Verbrechen. Oder um es mit ein paar Aphorismen zu sagen, wie sie Karl-Heinz Deschner begleitend zu seinen Studien zahlreich formuliert und publiziert hat. Je mehr Menschen den Kopf verlieren, desto größer der historische Augenblick. Die meisten Historiker breiten den Dreck der Vergangenheit aus, als wäre er der Humus für künftige Paradiese. Spuren kleiner Verbrecher verfolgen Polizisten und Hunde, um die der Großen dienen die Historiker. Warum dringt aus den Büchern über die Geschichte so selten der Schrei derer, die darin zugrunde gehen? Wer Weltgeschichte nicht als Kriminalgeschichte schreibt, ist ihr Komplize. An dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch an den EU-Parlamentspräsidenten und SPD-Politiker Martin Schulz, der im Mai den Karlspreis entgegennehmen darf, was ihn schon im Vorfeld Zitat emotional sehr berührt hatte. Wir springen nun in der Welt- und Kriminalgeschichte rund drei Jahrhunderte weiter, zu einem Kapitel, das unheilvoll bis in unsere Tage fortwirft, wirkt, dem Beginn der Kreuzzüge. Auf dem großen Konzil von Clément Ferrand im November 1095, in den Quellen gewöhnlich Generale Konzilium genannt, beeilte sich der Papst, wie Wilhelm von Thüros berichtet, der sinkenden Kirche aufzuhelfen und den Frieden, der aus der Welt verschwunden war, wiederherzustellen. Natürlich durch einen Krieg, wobei er sogar die Räuber aufforderte, Soldaten Christi zu werden. Der Heilige Vater hielt seine berühmte Predigt, die folgenschwerste Rede der mittelalterlichen Geschichte, am 27. November, am Tag vor der Schlusssitzung, vor rund 180 offiziellen Konzilteilnehmern, so allermeist aus Frankreich, sowie, weshalb man ausnahmsweise im freien tagte, vor einer großen Menschenmenge. Die heilige Stadt Jerusalem, die Wiege unseres Heils, so rief der Pontifex, sei wegen der Sünden ihrer Bewohner in die Hände der Ungläubigen gefallen. Das gottlose Volk der Sarazenen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen. Die Stadt Gottes muss Tribut zahlen. Will einem nicht die Seele darüber zergehen? Will einem darüber nicht das Herz zerfließen? Liebe Brüder, wer kann das mit trockenem Auge anhören? Der Tempel des Herrn ist nun Sitz des Teufels geworden. Die ehrwürdigen Orte sind in Schafkrippen und Viehställe verwandelt. Den Tempelschändern gilt jeder Ort, jede Person gleich viel. Sie morden die Priester im Heiligtum. Und nachdem Heiligkeit wiederholt in Wehschreie ausgebrochen, kommt sie endlich zum frommen Tun, zur friedensstiftenden Maßnahme. Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes. Liebe Brüder, gürtet eure Schwerter an eure Seiten, rüstet euch und seid Söhne des Gewaltigen. Besser ist es, im Kampf zu sterben und so weiter und so weiter. Und dafür gibt es dann in diesem Leben Schuldenaufschub, reiche Beute. Im folgenden Leben Vergebung der Sünden und unaufhörliche Paradiesesfreude. Neu war das nicht. Derartiges kannte man längst. Zum Beispiel im Islam, der dem Glaubenskämpfer nach dem Tod den sofortigen Eintritt ins Paradies, in ein sehr sinnlich geschildertes Paradies, verbriefte. Die Kirche hat die Kreuzfahrer mit Vergünstigungen förmlich überschüttet. Mit solchen, die ihr sehr billig zu stehen kamen, den Beschenkten aber häufig sehr teuer. Zu den wichtigsten dieser Danalgeschenke gehört der Sündenablass. Und zwar ein gänzlicher, vollkommener. Wie ihn bereits Urban II. in Clermont verkündete, gehören weiter Befreiung von Steuern, von ordentlichen Gerichten, Schutz gegen Verfolgung wegen Schulden vor dem Kreuzzug, automatische Exkommunikation aller, die den Kreuzfahrer selbst oder sein Eigentum antasteten und anderes. Ab und zu bekamen auch die Sammler der Kreuzzugsgelder Ablässe nicht mehr als recht und billig. Denn die Einnahmen der Kirche wuchsen, je mehr Blut floss. Ja, so nahezu unbegrenzt das militärische Fiasko der Wallfahrer allmählich war, für das Papsttum wurden die das nächste, das übernächste Jahrhundert erfüllenden Metzeleien ein riesiger finanzieller Erfolg. Durch freiwillige, besonders von Mönchen gesammelte Spenden, durch sogenannte Kreuzablässe, ein der einträglichsten Titel im kurialen Finanzhaushalt, Geldzahlungen, die von der Teilnahme am Kreuzzug befreiten, aber gleichzeitig dem Zuhause Bleibenden dieselben elisischen Bonnen garantierten wie dem Kämpfer. Noch ehe sich aber das Gro des Heeres im Herbst 1096 zusammenfand, zogen viele Tausende in mehreren Scharen mit Frauen und Kindern im Winter 1095 und zumal im nächsten Frühjahr los, die sogenannten Bauernkreuzfahrer, auf zwei rädrigen Ochsenkarren, auf die ganze Familie, einschließlich der Kleinsten, etwas Mundvorrat dazu, ausgestattet, nicht selten, mit Prügeln bloß, mit Sicheln, hölzernen Schwertern, doch mit einem starken Glauben und angeführt von dem Eremiten Peter von Amiens und dem Ritter Walter habe nichts. Das militärische Engagement des kleinen Mannes war völlig neu, war einzigartig, denn Krieg im Mittelalter führte bisher nur der Adel, nicht der Bauer, der Arme. Es war die Kirche, die zum ersten Kreuzzug erstmals auch die Masse mobilisiert, in den Krieg geschickt hat, in den Tod. Der Bauernkreuzzug begann bekanntlich mit der grauenhaften Abschlachtung und Ausraubung der meisten Judengemeinden in den rheinischen Bischofsstädten, aber auch noch derer in Rouen oder Prag, wodurch viele der bitterarmen Pilger erst zum nötigen Reisegeld kamen. Erweckt man den rabiaten Anti-Judaismus des Christentums im ganzen ersten Jahrtausend, die ausgeprägte Judenfeindschaft bereits des Paulus, des Johannes-Evangelisten, weiterer inspirierter des Neuen Testaments? Erweckt man den fanatischen Anti-Judaismus schon so vieler alter Kirchenväter, auch der berühmtesten? Erweckt man endlich, dass die ersten Synagogen-Niederbrenner christliche Bischöfe und Heilige schon der Antike waren? Und dass schließlich diese wilde Judenfeindschaft konsequenterweise die ganze frühmittelalterliche Kirche Spaniens und Westfrankens erfasste, grenzt es beinahe an ein Wunder, das davon das Ostfränkische Reich im ersten Jahrtausend verschont worden ist. Jetzt aber brachte die Volkspredigt mit dem steten Insistieren auf dem gottesmörderischen Volk der Juden die primitiven Gläubensgebüter zum Kochen und so mancher Kreuzfahrer glaubte, schon zu Hause fromme Taten vollbringen zu können. Bring einen Juden um und rette deine Seele, lautete die Parole. Und immer öfter glaubte man bald, nicht nur seine Seele, sondern auch seine verschuldetes Haut retten zu können. Erschlug man nämlich einen Juden, befreite man sich von der Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen. In Speyer schützte Anfang Mai 1096 Bischof Johann die Juden, motiviert wohl mehr durch ihr Gold als durch sein gutes Herz und erschützte sie erst, nachdem bereits elf ermordet worden waren. Bischof Albrand von Worms versprach den Juden nur Rettung, wenn sie die Taufe nehmen. Die Juden baten um Bedenkzeit und zogen den Tod einem Christenleben vor. Sie erschlugen sich gegenseitig etwa 800 Menschen, doch berichten auch jüdische und christliche Quellen übereinstimmend, auch große freiwillige Bemühungen zum freiwilligen Tod ganzer jüdischer Gemeinden gegeben habe. In Trier rettete Bischof Egelberg nur den Teil der Juden, der sich taufen ließ, aber die meisten Abtrünnigen, meinte der Mönch des Bamberger Klosters Futholf, ist ein komischer Name, seien wieder zu ihrer abgeschworenen Religion zurückgekehrt, wie die Hunde zum Unrat. So oder so starben auch die Juden in Metz, Trier, in Köln, Neuss, Altenaar, Eller, in Wevelinghofen, Kerpen, Xanten, Mörs, Geldern, Dortmund, Regensburg, Prag. Viele Juden töteten sich selbst. Sie sprangen wie in Köln drei junge Mädchen von der Brücke in den Strom, stürzten sich selbst ins Schwert, ins Feuer, schnitten ihre Pulsadern auf oder stachen ihre Kinder ab, wie in Mainz Mar-Isaac seinen Sohn und seine Tochter um Mitternacht in der Synagoge. Die wilden Haufen der Bauernkreuzzügler aber zogen weiter, dem gelobten Land entgegen, wo Milch und Honig fließen sollten. Sie erreichten es aber nie, sondern kamen meist nur bis Ungarn, bestenfalls bis Kleinasien. Anders die bald folgende nächste Welle, der Kreuzzug der Fürsten und Ritter mit ihrer besseren Bewaffnung. Kämpfend sterben trank das Heer Gottes im sengenden Juli 1097 über Dorilion weiter durch Anatolien nach Syrien auf das Haus unseres Herrn Jesus vor, wie der Graf Stefan von Blois seiner Gattin Adele von der Normandie berichtet, einer Tochter Wilhelm des Eroberers, wobei er nicht die Mitteilung versäumt, an Gold und anderen Reichtümern gegenwärtig zweimal so viel zu besitzen, als ihm die Dame seines Herzens mitgegeben. Man nahm türkische Festungen, Mensch und Tier hungerten, gingen an Entbehrungen zugrunde, doch man siegte fort und fort und fort und machte mit Graf Stefan zu sprechen Eroberungen für den Herrn. Man muss sich das vorstellen, Eroberungen für den Herrn, diesen Wahnsinn für den Herrn, den Wallfahrerwurm, der mit Weibern und Kindern sich dahin quält, kilometerlange Schlangen im ausgedörrten Land, glühende Wüsten, unwegsames Gebirg, Ritter, Bogenschützen, Gebärende, die ihre Leibesfrucht auf der Erde liegen lassen, Maschinenbauer, Halbwüchsige und Nutten, alles unter schwarz schwirrenden Wolken von Fliegen, Dunstglocken von Gestank, von Schweiß, Weihrauch, stechende Sonne, verseuchte Nahrung, Kruzifixe und Fußangeln, Fieber geschüttelte, Verdurstende, an Hitzschlag Sterbende, an Erschöpfung, Hunger, der Arm ist, krepiert zuerst, man säuft Pferdeblut, Eselsblut, Urin, man stirbt zwischen Marschmusik und Delirierenden, bei Viehgebrüll, Vergewaltigungen, Psalmen, aufgeschlitzte Rossbäuche, erstickende Reiter, Prozessionen und Massaker, der Weg des Kreuzes, man betet und erschlägt, man predigt und ersticht, anstürmende Pferde, Lanzenhagel, wirbelnde Schweter, zerklüftete Helme, Hirne, hervorquellende Augen, Kirchenfahnen an Kolonnenspitzen, Ikonen, Heiligenbilder, Reliquien, die nicht bloß schützen, die Waffen mörderischer machen sollen und vor dem Schlachten Priester mit hochgerecktem Kreuz und Abendmahlskelch, in diesem Zeichen jedes Verbrechen und während die Masse des edlen Fußvolks teils auf den Blutfeldern untergeht, teils in der Sklaverei, teils einfach auf dem Weg, dem Weg des Kreuzes, rettet die Elite auf schnellen Pferde rücken, ihr kostbares Leben. Nur etwa ein Zehntel derer, die ausgezogen waren, das Reich Gottes zu erweitern, stand Anfang Juni 1099 vor Jerusalem. Kein Wunder, dass die Kreuzfahrer, die sich das Zeichen des Heils sogar mit einem glühenden Eisen ins verwesliche Fleisch gebrannt, in Ekstase gerieten, vom mystischen Taumel fast so überschwänglich gepackt wie zuvor von Blutgier, warfen sie betend die Arme zum Himmel, vielen Tränen überströmt nieder, küsten die Erde und sangen Frommes. Nach fünf Wöcher Belagerung und der glühender Juni-Sonne mit häufigen Angriffen mittels Sturmböcken, Leitern, Schleudern, wurde das nach manchen Historikern schlecht befestigte, schlecht verteidigte, nach anderen von erhobten Kriegern heroisch gehaltene Jerusalem, erst kürzlich den Türken von den ägyptischen Kalifen entrissen, am 15. Juli von allen Seiten gestürmt und am nächsten Tag erobert. Es war just das Fest der Aussendung der Apostel, überdies ein Freitag und als dann gar die Stunde kam, in der unser Herr Jesus Christus es zuließ, dass er für uns den Kreuzestod erlitt, erreichte die katholische Schwertmission begreiflicherweise einen ihrer freilich häufigen Höhepunkte. Was nun kam, war ein einziges systematisches Gemetzel, oder? Wie Erzboschow Wilhelm etwas wortkarg schreibt, das Ende der Pilgerfahrt. Päpste wie Gregor der Erste oder Johann der Achte hatten Rom durch Jahrestribut von einer sarazinischen Besetzung retten können. Auf solch schnöden Loskauf ließ sich die christliche Mordbrot bei Jerusalem nicht ein. Im Blutrausch taumelte sie durch die Stadt, alles niederstrechend, was ihr vor das Schwert kam, einen Nachmittag und eine ganze Nacht lang. Im Tempel Salomons nahm das Heilsgeschehen ein solches Ausmaß an, dass die Unsigen bis zu den Knöcheln im Blut warteten. Laut Kaplan Fülcher von Chartre köpfte man allein in der Al-Aqsa-Moschee etwa 10.000 Menschen und die Juden wurden in ihre Hauptsynagobe gestopft, bis sie übervoll war und lebendigen Leibes verbrannt. Der Weg des Kreuzes. Die ganze jüdische Gemeinde Jerusalems, von den Ägyptern wohlgelitten, kam so im Feuer um. Ein gerechtes Gottesurteil, Erzbischof Wilhelm. Man schonte niemanden, weder Frauen noch Greise noch Kranke. Man trat zu Säuglingen mit dem Schuh kaputt, knallte sie gegen die Mauern und man zerbrach den Opfern das Genick. Man säbelte nieder, stach ab, zerhackte, erschlug, stürzte zu Tod. Dann, glücklich und vor Freude weinend, gingen die Unseren hin, um das Grab unseres Erlösers zu verehren. Kein zeitgenössischer christlicher Chronist indes äußert im geringsten Gewissensbisse. Wilhelm von Tyrus verweist auf den 118. Psalm. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und schon zwei Wochen später, am 1. August, wählt die katholische Mordbande einen lateinischen Patriarchen, Arnold von Schock, der darauf, eine seiner ersten Maßnahmen im Neuen Amt, das Heilige Kreuz des Herrn, die Starr-Reliquie des Heiligen Landes ausfindig macht, durch das Foltern griechischer Priester. Der arabische Dichter Mossafa Alaverdis aber klagt, dass so viel Blut geflossen, dass man so viel Frauen nichts hat gelassen, ihre Scham zu schützen, als die Fläche ihrer Hände. Zwischen dem Stoß der Lanzen und der Schwerter ist der Schreck so furchtbar, dass der Antlitz der Kinder weiß wird vor Angst. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts freilich fand das katholische Kirchenlexikon beim Vergleich der einzelnen Kreuzzüge die Reinheit der frommen Begeisterung hauptsächlich im Ersten. Die Reinheit der frommen Begeisterung so vollnehmen Katholiken hundert Jahre später nicht mehr den Mund. Die Kirchengeschichte des Theologen Neuss, die das Verlangen weiterer Kreise nach vertieftem Verständnis befriedigen will, teilt über die ganze Blutrundsee-Massaker lediglich mit, am 15. Juli wurde die Stadt eingenommen und alles, was Jesuit Hertling darüber bietet, ist der Satz, das erste Ziel der Kreuzzüge war erreicht. Bleibt nachzutragen, dass Papst Urban, der zweite, der demagogische Anzettler und oberste Einpeitscher des ersten Kreuzzugs bei dem grob geschätzt eine Million Menschen umkam, anno 1881 vom Amtskollegen Leo XIII. selig gesprochen wurde. Darauf dann endlich eine kleine Erholungspause. Das ist es.